angehen, dass die jetzt alle hier in meinem Land sind ohne dass wir da was gegen machen können einmal Schnips zack und weg natürlich oder einmal Schnips Schnips Ach so, schade ich dachte, ihr könnt jetzt nochmal Schnips machen aber anscheinend ja nicht, ne? wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht, ne? muss man auch mit leben Ach du Scheiße Ach du Scheiße von denen nicht bedroht fühlen so Geht's den Einheiten eigentlich hier unten noch sind die nicht komplett aufgefüllt naja ja 49 Provinzen sind schon uns treu und äh 17 sind von 26 auch schon uns unterworfen wir halten Musashi und Yamashiro ist doch schon mal schön naja, nächste Runde die Saga mein Angebot und die Harmonie die es mit sich bringt gerne ihr seid zwar irgendwie relativ unspektakulär, aber ich nehme an oh da kommen sie Aha na viel Spaß beim sterben, Jungs meine Damen und Herren auf Wiederschauen das war eine leichte Schlacht irgendwie läuft doch alles oh oh das Schiff hat auf jeden Fall Angst vor uns anscheinend jawohl jawohl jetzt werde ich da unten belagert ist ja auch doof und das Telefon klingelt oh mein Gott die Sado waren das ach du Scheiße die Sado die sind ja hier gleich um die Ecke die gibt's ja nicht ach du Scheiße die wie sie fallen wie viel wie viel wie viel da mit sich gut schon eine Stufe aufgeschrien Auf Küsten Beschussreichheit oder Präzision Artillerie, den Namen eh dieses Mann ist. Zwar hat er jetzt keine Artillerie, aber naja. Ist ja nicht mein Problem. Doch eigentlich schon, aber ist ja nicht mein Problem. So, jetzt können wir mal das Schiff an, bitte. Das war kaputt. Mach mich nämlich schon ein bisschen nervös. Gut. Gut, gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen hab. Aber das war ja schon mal ne... Schon mal ne schöne Aufnahme. Wir haben plötzlich Minus. Ach du Scheiße, wir haben Minus. Wir stehen im Minus. Was? Nee, doch nicht. Doch, wir haben so viele Einheiten. Deswegen stehen wir Minus. Ach, verdammt. Dann machen wir überall mal die Steuern an, wo es dem wieder gut geht. Dann dürften wir auch bald wieder... ...wieder im Plus stehen. ...wieder Stand gegen Invasoren. Naja. Gut. Nehmen wir mal unsere Einheiten los. Und greifen wir mal munter an. Es gibt nur noch drei Provinzen, die... Ne, vier Provinzen, die zu den Nagaoka gehören. Ach ja, das sieht doch schön aus. Ach komm, eine Runde muss ich jetzt noch weitergehen. Um dann nochmal... ...hast zu machen. Gut, jetzt ist die Frage. Kümmern wir uns um die Sado oder um die Aizu? Um die Sado... Huch. Und jetzt war schon wieder so ein... ...Brecherschiff gebaut. So ein brechendes Brecherschiff. Ja, der wedert aber ganz schön... ...wedert aber nämlich... ...schö böse. Matsumai, was wollt ihr denn? Jawohl, jawohl. Interessiert mich nicht. Nein, die können nicht weiter. Und automatischer Angriff. Ja. Ja. Gut, gut. So, damit wäre das auch das für diese Aufnahme. Oder will ich jetzt noch... Ach komm! Weil ich gerade so gut drauf bin. Weil ich gerade so gut drauf bin. Die Gadalaga-Oka schleichen sich durch mein Land. Da haben meine Sagami-Truppen, glaube ich, jetzt gerade betört oder was auch immer die da gemacht haben. Da kommt nochmal die Aizu, wollen die nochmal auf die Fresse bekommen. Die wollen wahrscheinlich nochmal auf die Fresse bekommen. Ja, ja. So sieht das nämlich aus. Food des Sado. Die Sado kommen auf jeden Fall noch nicht in meine... Ne. Musashi. Musashi werden wieder unruhig. Meine Freunde, was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Hä? Braucht ihr Einheiten, die euch beschützen? Oder was ist los? Das wird, glaube ich, ein knapper Sieg. Das war doch nicht so knapp, wie ich gedacht hätte. Oh, friedlich besitzen. Und damit ist unser Reich wieder angeschwollen. Und zwar haben wir jetzt 19 Provinzen. Nur noch sieben Stück gefehlen uns zum Sieg. Und das dürfte wohl demnächst passieren. Wir haben jetzt fünf Jahre Zeit noch. Na, okay. Vier Jahre noch Zeit. Es läuft doch. Es läuft doch. Fallen wir nochmal kurz raus. Gehen dann nochmal zurück. Nein, was war denn das? Ah. Na ja. So war das dann doch nicht gedacht. Na ja, gut. Das war's für diese Aufnahme. Spontan fände ich jetzt hier keinen guten Platz. Auch vielleicht diese Küste hier. Sagami. So. Na ja, gut. Das war's dann auf jeden Fall mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, let's play. Total War Shogun 2 Fall of the Samurai. Bis dahin. Viel Spaß. Und, äh. Ciao.